So, was zum chillen, jetzt wo wir so abgegangen sind, weil wir eben sind runterkommen. Ganz schön kalte Hände, ey. Bei mir unten im Süden ist 15 Grad wärm. Das ist echt so. Kurz und dann kam ich in Poli dabei ganz. Zum Glück. Das wäre ich ganz schön erkennend gewesen. Interessiert euch das? Bestimmt. Also für dich, viel Spaß. Es gibt hunderte von Sprachen, doch ich verstehe sie nicht. Es gibt tausende von Gott, warum du nicht mit mir schrückst. Vielleicht hab ich dich verrat, vielleicht hab ich dich verrat. Ich bin viel zu weit gegangen und hab uns aufs Spiel gesetzt. Kann es sein, dass du weißt, seh ich da Tränen. Es tut mir leid, mir fehlt die Zeit, die mir zu geben. Du bist immer noch dieselbe für mich und ich schreib diese Zeilen für dich. Und ich schreib diese Zeilen für dich. Vielleicht kannst du dich erinnern, erzähl uns bis in die Nacht. Wir liebten uns wie wilde, haben uns um den Schlaf gebracht. Es war dieser Nervenkitzel, es war dieses Bauch und Fühl. Wir wussten sonst so vieles, doch auf einmal war es schlimm. Kann es sein, dass du weißt, seh ich da Tränen. Es tut mir leid, mir fehlt die Zeit, die mir zu geben. Und du bist immer noch dieselbe für mich und ich schreib diese Zeilen für dich. Für dich. Kann es sein, dass du weißt, seh ich da Tränen. Es tut mir leid, mir fehlt die Zeit, die mir zu geben. Du bist immer noch dieselbe für mich. Und ich schreib diese Zeilen für dich. Und ich schreib diese Zeilen für dich. Für dich. Dankeschön.